so gewaltsame übernahme ich das übernehmen gewaltsam ja 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 Jetzt steh ich hier mit aufm Rand. Du bist doch gewohnt irgendwo am Rand zu stehen, meistens am Straßenrand. Och mein Gott Kai, geh mir nicht auf die Nüsse. Halt die Fresse. Wenigstens geht dir jemand auf die Nüsse. Ihr habt euch verfahren übrigens, ne? Ja, ich weiß. Ich nehm mir die Alternative Route. Ja, hab das mal. Ich hab noch keine Dose Bier aufgemacht. Ja, noch nicht. Kommt noch. Ah, ich trinke mal. Ich trinke meistens immer eine nach dem Rennen. Auch wenn du kommentierst? Nein. Weder beim Kommentieren, noch beim Fahren. Und da ich gleich noch mal kurz weg muss, wird auch jetzt kein Bier getrunken. Vor allem hab ich auch noch nichts gegessen. Ach die Mission ist das. Ich warte auf euch. Dir fällt schon vor? Steh das Kopf! Das Kopf wurde voll gelassen. Und das mit der Deckung geht auch wieder. Ja, ja. Ich weiß. Hat Yvonne ja schon gesagt gehabt, dass das wieder funktioniert. Das war ja bei unserer letzten Aufnahme nicht. Das war nur verpackt. Das war einfach verpackt beim letzten Mal. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Ich fahr mal vor. Vorsicht! Ich fahr mal vor, Yvonne. Vorsicht! Ich fahr mal vor. Ich fahr mal vor. schönes koks wo liegt es denn hier unter dem g also ich stehe draußen wo du stehst ja okay wir können ja ich bin schon unterwegs hatte gar nicht interessiert natürlich kommen jetzt alle normale heute bleibt die nase frei genau liefern wir das päckchen ab das schild daneben ist vor allem geil keine drug keine rumhängen kann trinken kann die du aktiv und das wollte habe ich nicht schön gelesen ich lese was er träumt 21.000 ist obwohl ich so schwergestellt habe und das war doppelte sonst gibt es nicht viel schwer und doppelte erfahrungspunkte kasten trotzdem nur so viel anführungszeichen nur so wenig so wie gesagt die kürzlicher knapp und das weiß ich das was schon mal nicht gemacht da also noch nicht fertig gemacht haben aber es gibt noch ein paar ohne ganz ohne das ist gut kann zwar machen wir ja mal durchziehen Vor allen Dingen ist ja auch noch ein Gängangriff bei Gärmelt. Ich brauche noch mein Auto. Ach, der ist hier hinten. Ich bring mir mal den Zaun weg. Ich muss da durch. Das ist geil. Man wird angegriffen. Was passiert? Man kriegt die Cops. Einladungen sind raus. Ja. So. Okay, alles von Monette. Kann es losgehen? Von meiner Seite aus. Können wir loslegen. Stopp mit dem Merry-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way. 20 Hydra's. Ja, fünf voll belasteten, voll beladenen LKWs und so. Herr Fahrer, fahren Sie bitte zu dem Konvoi. Oh, die nette Dame setzt sich zu mir auf die Rücksitzbank. Mensch, was ist denn los? Wie war das mit dem? Wie war das mit der Dose Bier? So. So. So, sind wir ja gleich schon da. Ja, genau. Wir wissen das. Wir wissen der, vor allen Dingen. Was steht der denn? Ach, hier vorne, der Kontroll- Ach, guck mal. Der Transporter hier oder was? Hallo. Der findet ja wirklich sehr witzig. Das funktioniert. Einfach was. Ach, stimmt ja, du fährst, ich war ja gar nicht. Scheiß Bus. Sie ist sonst nie ein von diesen Bussen, aber dann eine Mission auf einmal, weiß ich. Ich bin doch schon mit dem Bus zur Mission gefahren. Ich bin doch schon mit dem Bus zur Mission gefahren. Ich bin doch schon mit dem Bus zur Mission gefahren. was ist mit der kai heute ja gut ich fühlte sich geschossen gerade die rastlebes aus ja soll er kommen er erscheint oder kommt dazu ich dachte wir rasiert grad voll das schild gleich weg von der autobahn aber dass uns den schlingern gekommen also der wird uns nämlich jetzt nicht mehr ärgern ich sehe den heli hinter uns ja der aber wie hat er ist so das ist normaler einfacher heli das ist kein buzzer oder sonst irgendwas außer mir geht jetzt weg also dreht ab weil er immer noch da fliegt aber wie gesagt ist da ist er noch gewesen wir haben zumindest mal ein bisschen was geld ja nix pack was haben wir schon gemacht befreigungsaktion haben wir schon gemacht in der letzten aufnahme ja 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 so halt also kommt man das auch aus ja aber denn hier ja war also dämonische geschäfte ergibt sich zum wohnwagenpark der lust naja hatte mal kurz ich muss auch geld anzahlen was soll es ein bisschen abwegig ja wir wollen lenken ich muss vom fahren abweichen da kommt den verkehr so mal gucken was wir da gleich machen müssen wir schon wieder auf feine ohne hände wegschießen naja wie war das heute bleibt die nase frei mit dem koks was nix so kleinen stunt mit yvonne ich kann nicht wissen was die da so treibt yvonne willst du sie mehr klären stil die motorräder ja ja muss einer von uns doppelt fahren wieso muss einer von uns doppelt fahren da war es vier motorräder sind ach so das ist man zu da war es die schon wieder aushalten das ist ja noch mal die wenn die motion auf schwer steht bei denen schießen sogar die noten mit viele feine sollten jetzt nicht mehr hier sein das sind nur vier punkte sind vier jahr zwei steht doppelt ist ja aber noch ein paar feine da drei sind es insgesamt noch ja wir werden auf dem weg auch noch mal ja klar so es heißt jetzt werden wir schon immer noch genug nachzubauen jetzt wird die k.i. jetzt in mir rein ja weil viele weil viele in nicht rein wollen nicht nur die k.i. aber klar nur wegen der k.i. bei der k.i. wenn der k.i. Ab, ey. Unpassbar. Gut, dass es kein Zeitlimit gibt. Da fliegt mich die KI ja schon um. Verrühren. Perfekt. Das war's schon, okay. Ich dachte. Ne, wir müssen, glaub ich, drei abliefern, wenn da drei Leute sind halt nur. Ist doch gut. Ob die auch sein können, dass wir nochmal zurückfahren müssen. Pff, dann wäre es halt so gewesen, wenn ich das Auto da rausgeholt und dann wären wir nochmal zurückgefahren. Alles Gute, passt. 15 kills. Da geht's. So. Karabinen und Turbinen haben wir ja schon erledigt. Das weiß ich. Ich glaub, wir haben sonst fast alles, was auf der Karte ist, schon. Also ich weiß immer, wie immer dieselben sind, die du da bekommst. Ich weiß immer, wie immer dieselben sind, die du da bekommst. Hm, 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 hm. Und dann. Vielen Dank. So.